Ja, du bist der verrückteste Stifte, die ich je gesehen hab. Alle Stifte sind gleich, meint mein Pappstopper. So ist es, mein Sohn. An einem Stift ist nichts Besonderes. Einer ist wie der andere. So, das ist kinderleicht. Komm, gehen wir in die Küche und trinken was. Hörst du das? Es hat geblinzelt. Mit den Augen. Das muss ich sehen. Hi, Scylla. Hey, Topper. Komm hoch und zieh dir Otto an. Wer ist Otto? Na, Otto ist ein Nashorn. Du bist verrückt, Topper. Boah, es muss einen Riesenhunger haben. Wie geholt ihn mit was Brot. Zehn Brote. Bitte. Fall mal! Im Riesenhaus ist ein Nashorn und ich will, dass es noch heute verschwindet. Wir kämpfen mit den Speeren gegen jeden, der Otto wegholen will. Ist das nicht gefährlich? Es riecht auch kein bisschen nach Rauch. Ich rieche herrlichen Kaffee. Und Kekse. Tja, jetzt ist die Party vorbei. Du hast doch wohl keinen Elefanten da oben, oder? Nur ein Nashorn. Das war ja wohl klar. Wenn du dich mal verliebst, Otto, dann hoffe ich nicht in ein Mädchen, das dich für verrückt hält. Das war ja schon. Tschüss! Tschüss! Hau nach! Baujana Sch один Vielen Dank.